Ich kann mich ja nicht sehen, also ich kann ja nicht beurteilen, ob ich arrogant bin oder nicht. Wenn man mich richtig kennt, merkt man ganz schnell, dass ich nicht arrogant bin. Ich bin sehr, sehr hilfsbereit. Immer wenn einer was braucht, bin ich immer da und kann ihm direkt helfen. Meine Eltern haben sich vor fünf Jahren getrennt. Es war eine harte Zeit für mich. Ich war sehr viel alleine und ich musste immer sehr viel kämpfen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem jetzigen Trainer, weil wir lachen zusammen. Sachen, die ich mache auf dem Spielfeld oder außerhalb, das hat mich irgendwie geschützt.